Tag zwölf, Spiel zwölf. Hallo Freunde, heute spielen wir einen Junge und seinen Blob. Und da schläft er schon, der Junge. Und da ist sein Blob. Ja, du bist ein braver Blob. Ja, bist du lieb? A boy and his Blob. Leute, dieses Spiel gab es schon mal vor vielen, 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 vielen Jahren. Das gab es, glaube ich, für den NES, soweit ich mich entsinne. Und da habe ich das gespielt damals und ich fand es total geil. Und jetzt gibt es dieses Remake hier für den PC auf Steam. Das habe ich mir natürlich gleich zugelegt, um mal zu testen, ob das noch genauso charmant und putzig ist, wie es das damals war. Jedenfalls ist es wesentlich lauter als damals. Ich darf den Jungen jetzt spielen, ich kann hüpfen. Im Moment kann ich noch nicht viel mehr machen. Da sind hier irgendwelche Sachen. So, mit den anderen Knöpfen geht auch noch nichts. Na, dann laufen und hüpfen wir einfach mal. So, da soll ich runtergehen. Ich gehe natürlich erst mal hoch. Wie man das halt so macht, als Boy. Ohne Blob. Okay, ich kann nirgendwo runterfallen. Habe ich jetzt hier Schaden genommen durch? Ich weiß gar nicht, ob ich Schaden nehmen kann. Das ist ein Ladewildschirm mit einem merkwürdigen schwarzen Vieh. Und wir gehen jetzt, hui. Da hatten wir gerade mal massive Frame-Einbrüche. Ich nehme an, dass das an meinem Aufnahmeprogramm lag. Okay. Das ist wieder ein kleines Rätsel-Jump'n'Run. Davon haben wir ja schon einige gespielt hier im Rahmen des Adventskalenders. Und wir hüpfen mal unseren Weg fröhlich vorwärts. Bist du, bist du Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Kann ich das Ding da öffnen? Hallo? Ich glaube, er ist der Pad. Na gut. Aber man stirbt ja gar nicht richtig. Und deswegen weichen wir jetzt mal aus. Ich wüsste so gerne, wie ich Schatzzoon öffnen kann. Scheinbar kann ich das gar nicht. Oder ich kann das erst später. Hupp. Da hat er mich doch voll erwischt. Ihr könnt ja mal einen Death-Counter laufen lassen. Für diese eine Folge, die wir hier spielen werden. Wie oft ich hier drauf gehen werde. Ich werde jetzt nicht zu diesem Blob gehen. Und ich kann auch mit diesen Dingern hier nichts machen. Ich kann im Moment... Ich kann das schieben. Okay. Das muss ich sogar, weil ich sonst nicht diesen kleinen Abhang hochkomme. Dieser Junge ist definitiv sehr unsportlich. Das muss ich gerade mal sagen. Da oben ist ein Frosch. Kann ich das jetzt irgendwie... Wo ist überhaupt mein Blob? Ich muss da ran. Habe ich mich jetzt in eine Sackgasse rein manövriert? Ich kann nichts machen. Zum Versteck zurückkehren, ja. Wir versuchen mal was anderes. Also, okay. Das ist einfach nur ein Neustart. Okay, okay. Ich kriege das Ding. Bleib mal ganz unentspannt. Da hinten kommt jetzt wieder das Ding runter. Ich könnte ja einfach mal bei der Steuerung nachlesen. Controller springen. Bohnen werfen. Blob rufen. Bohnen auswahl. Blob cam. Flip blob. Blob umarmen. Ausschimpfen. Vibration an. Da kann ich mich dran erinnern. Das konnte man alles machen. Aber warum sollte ich denn meinen Blob ausschimpfen? Ich will erstmal hier gucken. Ich kann hier tatsächlich mit dem Steuerkreuz nicht machen. Und mit dem kann ich auch nichts machen. Okay, okay, okay. Blob. Vielleicht hätte ich einfach woanders hingehen müssen. Das ist ein sehr schöner Ladebildschirm. Nämlich mit dem Boy und seinem Blob. So. Jetzt hüpfen wir wieder unseres Weges. Ich muss mit Sicherheit diese Schatztruhe irgendwie aufbekommen. Aber ich weiß nicht wie. Mit dem Steuerkreuz kann ich hier auch gar nichts machen. Aber ich komme hier nicht weiter. Also ich muss da unten irgendwie weiter gehen. Da ist ein Frosch. Ja, aber was soll ich denn hier machen, Leute? Kein Knopf bringt mir irgendwas. Das ist sehr... Ah. Ah, na guck mal an. So einfach ist es manchmal. Man muss einfach nur auf Sachen draufhüpfen, um sie kaputt zu machen. Das ist wie im echten Leben. Kann ich das auch mit den Truhen machen? Nee. Vielleicht sollte ich jetzt mal nach links gehen. Ich kann sogar. Na komm. Wie kann ich denn diese doofen Schatztruhen öffnen? Ich will doch nur die Schatztruhe öffnen. Ach so, jetzt muss ich wieder unten rumgehen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, aber auch ein bisschen nervig. Und ich wüsste echt zu gerne, wie ich Schatztruhen öffne. Da stand ja nur auch nichts von innen der Bedienungsanleitung. Und die Knöpfe tun allen nichts. Also so nichts, wisst ihr? Da ist auch eine Schatztruhe. Ein Knopf, zwei Knopf, drei Knopf. Nein, sie tun nichts. Na gut. Gehen wir weiter. Ich möchte ja so gern mal meinen Blob finden. Kann ja nicht sein, dass ich hier eine Viertelstunde rumlaufe, ohne meinen Blob zu finden. Hallo. Erschreck dich nicht. Das ist nur ein Blob. Ja, erst mal A und dann Come on. Ja, hallo. Ja, bist du lieb? Ja, bist du lieb? Ja, bist du fein? Ja, bist du so fein? Oh. Oh, das war süß. Das war so süß. Blob. Blob. Okay, hier kann ich nicht weitergehen. Äh. War doch irgendwas mit Blobcamp. Over here. Okay, wir nehmen den mal mit. Ah, okay. Ich muss ihn ab und zu mal rufen. So, guck mal. Du kriegst jetzt erst mal aufs Mützchen. Ui, komm her. Kannst du das öffnen für mich? Der frisst die. Wo kannst du dir meine Schatztruhen fressen? Komm, wir müssen einmal noch zurück. Hier ist noch eine Schatztruhe. Was macht er denn mit dem Frosch? Er freut sich auf jeden Fall scheinbar ein bisschen. Kommst du mit mir jetzt, wenn ich hier durchgehe? Ah ja, kommt er. Rump. Rump. So, den hat er gefressen. So, dann gehen wir jetzt wieder hier lang. Komm mit, Blob. Wir gucken mal, was wir jetzt so mit dem machen können. Der kriegt wieder aufs Mütz. Diesmal spuckt er keinen. Blob. Abom. Upsi. Okay, ich habe gerade die Befürchtung gehabt, dass ich wieder von ganz vorne spielen muss, wenn ich auf diesen Blob drauf drehe. Aber das ist scheinbar nicht der Fall. Komm mal mit, Blob. Ich nehme dich mit nach Hause. und da werden wir beide kuscheln. So, zurück ins Haus. Ich habe gerade auf meinen Timer geguckt. Zehn Sekunden lang nichts gesagt. Boah. 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 Was machst du damit? Zehn Minuten oder zehn Sekunden habe ich gesagt. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich wollte sagen, zehn Sekunden. Das war eine ganz schön lange Zeit. Der hat mir ein Krokodil ins Dachgeschoss geschissen. Okay. Jetzt finden wir Dinge heraus. Nämlich. Komm mal, dass wir... Komm mal her. Genau, das ist das Spielprinzip. Wir können... Wir können dem Blob nämlich Blubbles geben. Und durch Blubbles wird Blob anders. Ah, okay. Jetzt habe ich die Leiter runtergelassen. Das war ein gelöstes Rätsel. Das ist sehr schön. Ich mag ja gelöste Rätsel. Weil gelöste Rätsel sind immer sehr gelöst. Was habe ich jetzt geschafft? Ich wollte doch gerne weiterspielen. Ah, jetzt hat er geschlafen wieder, der Junge. Und wo ist mein Blob? Das war scheinbar sowas wie das Tutorial-Kapitel, das wir da geschafft haben. Okay. Ich will mal zu dem Krokodaxel da hoch. Was ist das da? Was macht dieses Krokodaxel? Hallo, Krokodaxel? Das macht gar nichts. Das ist einfach nur da. Okay. Und was macht das da? Ah. Eins. Ist das ein Level jetzt? Aber ich wollte doch so gerne diese Blubbles mitnehmen, weißt du? Oh mein Gott, war ich grausamer tot. Für so ein Spielchen war das ganz schön grausam. Das hatte so ein bisschen was von... Äh... Das ist ja, wo man so runterfällt bei Mortal Kombat und so. Okay, das war bis jetzt noch einfach. Hör... Äh... Hier müssen wir kurz warten. Hopp, hopp, hopp. Was... Warum sind wir in dieses Krokodil reingegangen? Und was genau haben wir davon? Komm mal her, Junge. Frisst du das jetzt? Oh. Ah, da wird er zu einer Tür. Okay, das ist sehr schön. Also auf jeden Fall auch wieder ein kleines Jumpin' Run-Rätsel-Spielchen. Sehr viel süßer als noch Limbo. Sehr viel weniger blutig als... Super Meat Boy. Aber irgendwie süß. Aber ich hab... Irgendwie ist das ganz anders als das Spiel, das ich in Erinnerung habe beim Boy und His Blob. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Rob! So, jetzt gehen wir da hin. Was ist das? Das ist eine süße kleine Zeichnung. Okay, das ist so eine Art Level-Design-Bonus wahrscheinlich, ne? Jetzt gucke ich mal in diesen Wald hier rein. Ist das ein Level oder was ist das? Okay, das ist nur zum Gucken. Ah, okay. Drei Schatztruhen ist wahrscheinlich sowas wie Sterne sammeln bei Super Mario. Das wissen wir jetzt auch schon mal. Warum ist da ein Schild mit einem roten Kopf drauf? Ah, okay. Da macht er ein Loch, ein Ballon. Okay, okay. Pass mal auf. Warte, warte, warte. Da ist das mal. So, hopp. Sehr gut, komm her. Ja, ja, ja. Wir müssen hier die Rätsel lösen. Das ist alles so ein bisschen Tutorial-mäßig noch. Pass mal auf. Wir haben auch eine Leiter. So. Komm her. Hopp. Ist. Sehr gut, vielen Dank. Das ist sehr herzallerliebst. Halt, da unten ist eine Schatztruhe. Die muss ich natürlich vorher haben. Komm mal her. Na, komm. Ich kann ihn bestimmt auch hier dieses Leiter-Ding füttern. Ich weiß gar nicht, ob ich nur eine begrenzte Anzahl davon habe. Oder ob ich das unendlich machen kann. Komm her. Ich schmeiße ihm schon mal so ein Ding auf den Boden. Dann können wir nämlich hier hochklettern. Aber ich möchte erst da unten gucken. Vielleicht ist hier nämlich eine Schatztruhe. Hier soll ich ein Loch machen. Aber dann falle ich doch ins Wasser und ersaufe. Hier soll ich eine Leiter machen. Das ist ganz schön viel zu tun. Wie komme ich nochmal zur Blobcam? Okay, brauche ich gar nicht. Da ist er schon. Lustiges Spielprinzip. Komm her. Bromson. Sehr gut. Habu. Die Frage ist, wo will ich denn jetzt eigentlich erst mal hin? Ich könnte ihm hier ein Loch zu fressen geben. Damit der schwarze Blob da reinfällt. Komm mal her. Da frisst das mal. So, und jetzt wird der schwarze Blob ins Wasser fallen und wird sterben. Das haben wir sehr gut gemacht. Ich weiß zwar noch nicht, wozu es gut ist. Aber ich bin mir sicher, dass es was gebracht hat. Was macht denn die Ballonpille? Da. Da wird er zum Ballon. Und das bringt mir genau was. Ich habe keine Ahnung. Also mache ich mal eine Leiter aus ihm. Das Spiel ist sehr laut geworden auf einmal. Und ein bisschen nervig ist das, wenn er immer... Ich hoffe, ich kriege den Sound nachher gut abgemischt. Komm mal her, Junge. Ich brauche gleich schon mal ein Loch. Guck mal hier. Gamsen. Und Pille. Sehr gut. Ja, das haben wir eben schon mal gelöst. Das will ich nicht nochmal machen. So, komm her. Jetzt geht es hier links weiter. So, komm her. Und wir brauchen die Leiterpille. Da. So, wir wollen natürlich keine Drogensucht und so weiter. Wisst ihr Bescheid. Aber was ist das für ein Vieh? Nein, ich will, dass du ein Loch machst. Sehr gut. Den dicken. Den lassen wir auch in ein Loch fallen. Ha, 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 ha. War da unten vielleicht noch ein Geheimnis? Nee. Das sieht aus, als würde mich da nur der Tod erwarten. So, und wups. Und das scheint eine neue Fähigkeitenwohnung zu sein. Sehr gut. Das haben wir auch geschafft. Da ist das Vieh, das da gerade war. Das scheint tatsächlich unsere Levelmap zu sein. Jetzt kotzt er wieder Kisten aus. Und was kotzt er uns diesmal ins Wohnzimmer? Ein. 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 Ein Steinkopf. Gut. Warum auch nicht? Das ist immer noch ein Stück Holz. Wald, meine ich natürlich. Alles klar, Freunde. Das war ein kleiner Einblick in der Bäuer in Displop. Es ist sehr schön. Das Spielprinzip ist gut. Es spielt sich sehr flüssig. Aber der Charme vom alten Bäuer in Displop, der geht natürlich so ein bisschen verloren. Schaut euch das mal an. Das gibt es bestimmt auch auf YouTube. Ich werde es gleich auch im Anschluss an dieses kleine Video hier suchen, um einfach mal zu gucken, ob ich das noch finde und ob das ist, was ich meine, mich erinnern zu können. Weil ich bin ja nun auch schon relativ alt. Also, das war der zwölfte Tag. Ich freue mich auf den 13. Tag. Danke euch vielmals fürs Zuschauen und sage bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. 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 Vielen Dank.